Saison-Aus für Boateng. Robben bangt um Einsatz im Rückspiel. Hiobsbotschaft für den FC Bayern. Weltmeister Jerome Boateng hat sich im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid eine strukturelle Muskelverletzung der Adduktoren im Oberschenkel zugezogen und fällt damit vier bis sechs Wochen aus. Damit ist nicht nur die Saison für den Verteidiger gelaufen, sondern auch die WM in Russland in Gefahr. Arjen Robben hat durch eine Fehlsteuerung Beschwerden, ebenfalls in der linken Oberschenkelmuskulatur. Seine Ausfallzeit ist nicht bekannt. Diese Ergebnisse ergaben eingehende Untersuchungen in der Praxis von Mannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt. Robben wurde wie Boateng in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt und war anschließend in der Mixzone nach dem Spiel noch zögernd. Abwarten, abwarten. Der dritte Patient in der verletzten Akte des Rekordmeisters ist Javi Martínez. Der Spanier erlitt gegen Real eine Schädelprellung und kann zwei Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017